So Leute, da sind wir beim nächsten Deck Tag und dieses Mal ein wirklich wirklich cooles Deck, was aktuell Tier 1 ist, was ich vor Jahren mal als Nischendeck gespielt habe und niemand hätte gedacht, dass dieses Deck so ein Comeback hat. Und meiner Meinung nach weiß keiner warum. Das Deck ist aktuell eins der Top 3 Decks im Legacy und ich wiederhole, es weiß keiner warum. Es hat nicht unbedingt neue Karten bekommen, so ein bisschen, aber halt schon vor Jahren und ja, es ist ganz gut in der Meta aufgestellt, aber woher kommt das? Wer hat das gedacht oder sonst? Keine Ahnung. Die Rede ist von Savlit Breakfast. Savlit Breakfast basiert auf einer einzigen Karte und zwar dem Cephaliden Illusionisten. 2 Mana 1 1, immer wenn er Ziel von Zauberer Fähigkeiten wird, bilden wir drei Karten und wir können drei Mana, können wir den nächsten Schaden verhindern, der bla bla bla, keine Ahnung. Wir können damit eine Kreatur dazu führen, dass sie keinen Schaden macht. Habe ich bisher noch nie benutzt. Sehr, sehr selten. Prinzipiell sehr, sehr coole Karte. Wichtig ist, dass wir sie halt ganz, ganz auch targeten können. Dafür haben wir auf der einen Seite sowas wie Nommands Encore, der sagt 1 Mana 1 1 für 0, Doppelpunkt, machen wir den nächsten Schaden, der er kriegen würde, auf diese Kreatur. Also sagen wir, die nächsten 5 Millionen Damage, die er kriegen würde, kriegt er. Er wird 5 Millionen mal target. Wir haben unser Deck gemäht. Genauso funktioniert es mit Schoko. Ein 1 Mana Artefakt für 1 plus 1 plus 0 und für 0 Mana können wir die Kreatur attachen. Das Wichtige dabei ist, wir können ja auch selber immer wieder an sich selber erquippen. Also equip und für 0 erquippe ich den an sich selber, für 0 erquippe ich den an sich selber, für 0 erquippe ich den an sich selber. Also nicht an Schoko selber, sondern an den Syphilit. Und damit wird er auch infinite mal target. Ich gehe mit euch übrigens gerade die Kommo durch, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Dann haben wir in unserem Deck drei Narkamöben. Narkamöben sind 1 1 Flieger, die, wenn sie vom Feld in, die, wenn sie vom Deck in den Friedhof gehen, direkt ins Spielfeld kommen. Davon haben wir dann drei Stück. Das heißt, wir haben mindestens drei, vier, wahrscheinlich eher fünf Kreaturen im Feld. Gemillt haben werden wir auch furchtanflößende Rückkehr. Vier Mana Spell, wir können drei Kreaturen opfern, um den aus dem Friedhof zu casten und können Kreaturkarte aus dem Friedhof reanimieren. Auch im Friedhof wird es ein Tarsas Orakel. 2 x 3. Wenn es das Spielfeld kommt, gucken wir uns sowas in den Karten und Decks an. X ist die Anzahl an Devotion. Und wenn X, wenn unser größer ist als die Anzahl an Karten in unserem Deck, haben wir das Spiel gewonnen. So einfach ist das. Und da wir 0 haben, ist 0 gleich oder größer. 0 Devotion oder 2 oder 3 oder 5. Und ja, wir haben gewonnen. So einfach geht das. Danke fürs Deck-Tag. Einen Spaß. Das funktioniert so für das Deck. Das ist die Kombo. Gehen wir mal durch das Deck. Wirklich durch. Starten wir nach der Kombo mit Ländern. Wir haben ein schwarz-weißes Fettschland, vier blau-weiße Fettschländer, drei blau-schwarze Fettschländer. Diese Fettschländer kann man tappen, ob fahrendes Deck nach einer Insel oder Sumpf durchsuchen oder nach einer Insel oder Ebene oder eine Ebene und Sumpf. Spannend wird es dann bei Duels. Da sind drei Underground Seas drin. Tappen für ein blaues oder ein schwarzes sind halt sowohl Insel als auch Sumpf. Das heißt, alle unsere Fettschländer finden diese Karte als Land, das wir aus dem Deck suchen können. Genauso Tundra, blau-weiß, Dual Land. Auch hier von jedem unserer Fettschländer findbar. Dann haben wir noch eine Ebene. und eine Insel. Das war's noch nicht. Denn diese Deck spielt mittlerweile drei Ursasssager. Zwischenzeitlich hat man mal Stoneforge Mystics gespielt. Sieht man auch hin und wieder mal Stoneforge Mystics gespielt? Ich spiele keine Stoneforge Mystics. Ich finde Ursasssager vollkommen ausreichend und wirklich eine coole Karte dafür. Ursasssager ist ein Enchantment-Land, das, wenn es in Spielfeld kommt oder zu Beginn der Mainphase, also nach der Draw-Phase, eine Marke bekommt. Bei der ersten Marke kriegen wir halt ein farbloses Mana, wenn wir diese Tappen. Bei der zweiten Marke kann sie das und sie kann halt Null-Nuller Konstrukte erstellen. Passiert in den Deck sehr selten. Oder wir können unser Deck mit einem Atefaktkarte natürlich so mit Mana-Kosten von null oder genau eins. Zum Beispiel der Schoko. Das sind Tutoren für Schoko. Was wirklich, wirklich gut ist, weil Schoko zu Tutoren ist schon sehr, sehr stark. Ja, das waren jetzt alle Länder. Das war die Mana-Basis. Kommen wir mal zu anderem Stuff. Und zwar gucken wir uns mal an, wie oft wir die Kombo drin haben. Die Kombo ist halt... Wir haben... Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Vier Nomad Encore, habe ich gerade eben schon gezeigt. Vier Cephalid Breakfasts Illusionisten. Gott, ich habe mich gerade noch gerettet. Deswegen heißt es übrigens Cephalid Breakfast. Drei Nacromöben, wie gesagt. Eine Tastas Orakel. Eine Schoko. Eine furchtabflösende Rückkehr. Das ist die Kombo. Wie wir sie beschützen, wenn wir zum Beispiel das Tastas Orakel auf der Hand haben. Oder irgendwie gucken müssen, dass der Gegner kein Fondsoffbild hat oder ähnliches. Cephalid Therapy. Cephalid Therapy, ein einschwarzes Mana-Spell. Wir sagen eine Karte an, wählen den Gegner. Und wenn er diese Karte hat, dann hat er sie abzuwerfen. Und wir können sie flashbacken, indem wir eine Kreatur opfern, also so einen Friedhof casten. Und auch das machen wir regelmäßig. Das ist sehr, sehr gut. Gut. Dann, um unsere Kombo zu beschützen, spielen wir zwei Ätherviolen. Ja, zwei. Wir können sie mit Ursassage rauszutunen. Unsere Karten kosten ein oder zwei Mana. Das ist sehr, sehr schnell, dass auch eine Turn-5-Viole nochmal die Karten unkonterbar macht. Deswegen sehr, sehr cool. Zu Beginn des Versorgungs-Demens kommt eine Marke drauf. Wir können das Ding tappen und eine Kreatur aus der Hand ins Spiel bringen, die genau die Anzahl an Mana-Kosten hat, die die Marken da drauf haben. Wir casten sie nicht, wir bringen sie ins Spiel. Damit ist sie unkonterbar. Sehr, sehr, sehr coole Karte in diesem Deck. Dann drei Tiffery, Time-Revealer. Revealer, Revealer, was auch immer. Drei Mana, vier Marken. Jeder Gegner kann nur noch in Cinder-Sorcery spielen. Jeder Gegner kann nur noch spielen wie zur Sorcery-Speed. Das heißt, wenn ihm halt in seinem Zug, in seiner Mainphase, ohne dass der Stack irgendwelche Karten hat, darf er was spielen. Auch hier kontern und removen und sowas dann raus. Das ist Protective für uns. Super, super cool. Plus eins, wir können die nächste Incinder-Sorcery spielen, als ob sie Flash hätte. Das haben wir nicht so viele. Also Sorceries haben wir nicht so viele. Minus drei, wir bringen eine permanente Zug auf die Hand und ziehen eine Karte. Das passiert schon eher. Ja, wir haben auch das passende Gegenstück dazu. Das kommt jetzt hier nach. Und zwar die Balefallstrix, die uns dann beim Spielen nochmal eine Karte ziehen lässt. Wichtig ist hier wirklich der Protection-Ding. Dann, die letzte Kreatur, die ich noch nicht vorgestellt habe. Balefallstrix, gerade schon gesagt. Super, super Kombo mit Tiffery-Time-Revealer. Zwei Mana, eins, eins fliegen. Death-Touch, wenn sie ins Spiel bekommen, ziehen wir eine Karte. Wenn wir sie mit Bouncen, ziehen wir eine Karte, spielen sie neu aus, ziehen wieder eine Karte, haben wir für zwei Mana zwei Karten gezogen. Super, super stark. In einem Combo-Deck. Um unsere Combo weiter zu beschützen, haben wir noch Counters. Die guten Counters. Vier Forsythe. Fünf Mana, Instant. Wir kontern Spell unserer Wahl. Wir können eine blaue Handkarte abwerfen und ein Leben bezahlen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Ja, was will man mehr? Super Protective. Counter, Free-Counter ohne Mana zu bezahlen, ist der Hammer. Deswegen spielen wir auch drei Days. Zwei Mana, Spell, Instant. Wir können die Insel sogar auf die Hand nehmen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und, naja, der Spell wird gekontert. Der spielt, es sei denn, er zahlt einmal mehr. Hierbei auch sehr, sehr gut, um einfach Kreaturen-Remove und ähnliches, um jedner zu kontern. Wenn er Tide on Mana ist, Days zu knacken und einfach zu kombonen, ist schon sehr, sehr stark. Dann spielen wir Blau. Was spielt Blau? Blau spielt Brainstorm. Fast jedes blaue Deck spielt Brainstorm. Ein Blaues. Wir ziehen drei Karten, werfen zwei Karten von unserer Hand auf unser Deck und ziehen die dann nächsten zwei Runden. Es sei denn, wir haben Fetchland oder eine Ursachssaga, die Trigger. Dann mischen wir unser Deck. Super, super wichtige Karte. Legacy kennt die fast jeder. Ähnlich wie auch Ponder. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ein weißes, ein blaues Mana, Sorcery. Wir gucken uns die obersten drei Karten von unseren Stacks an, legen die in Lügeheim vor zurück, können auch shuffeln. Und danach ziehen wir eine Karte. Super strong. Ist halt mit Brainstorm so die klassische Filtersache. Wir gucken drei Karten tief oder sogar vier Karten tief und gucken, ob wir was finden. So. Gehen wir weiter. Eine Karte, die ich sehr witzig finde. Modern Horizons 2. Step Through. 5 Mana, Sorcery, wir bringen zwei Kreaturen zu auf die Hand. Das ist das Wichtige. Nein, Spaß. Wizard Cycling. Wir können diese Karte aus der Hand abwerfen, können sie direkt nach einem Wizard durchsuchen und den auf Vorzeigen auf die Hand nehmen. Wizard ist übrigens der Kreaturen-Tutube A für Tastasorakel und B für den Cephaletten-Illusionist. Das heißt, wir haben Tutoren für die Illusionisten. Zwei Stück. Und Pitch für Vorsorgebilden. Und ich habe die tatsächlich auch für fünf Mana schon gecastet. Das war übrigens sehr peinlich. So. Gucken wir weiter. Wir spielen weiß. Damit spielen wir Removal. Und zwar den Prime. Ja, das war halt das Deck. Also wir haben halt Tutoren. Cantrips. Counter. Cantrips. Cantrips. Und unsere Combo. Das ist das gesamte Deck. Das war's. Also, so funktioniert das Deck. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Ihr habt gesehen, was drin ist. Kommen wir mal kurz zum Sideboard, bevor wir zum Deck-Talk kommen. Sideboard sieht wie folgt aus. Wir haben zwei Prismatic Endings. Ein weißes und X. Wir removen einen Non-Land-Permanent mit Mana-Kosten von X. In unserem Fall ist das Maximale, was wir hinbekommen, drei. Weil X ist in dem Fall nicht die Anzahl an Mana-Kosten, die wir bezahlen, sondern die Anzahl an Farben, die wir bezahlen. Das bedeutet, wir können ein schwarzes, ein blaues, ein weißes bezahlen und können was mit drei Mana-Kosten exilen. Non-Land-Permanent. Das ist sehr, sehr stark. Wirklich gute Karte. Leider nimmt es keinen Leyline raus. Das ist ein bisschen doof. Dann haben wir vier Swords-to-Plow-Shares. Ein weißes Mana, wir exilen die Kreatur. Der Spieler kriegt Leben in Höhe der Stärke. Uns ist Leben total egal. Wir gewinnen über andere Wege und wenn da irgendwas uns im Weg steht, dann soll das doch ein Schwert fressen. Wichtig, dass wir da durchkommen. Dann, mehr Warhammer-Karten. Ich hatte in letzter Zeit nur Warhammer-Karten. Übrigens, Swords-to-Plow-Shares auch auf dem Warhammer-Deck. Triumph of St. Katerine im Sideboard. Fünf Mana, fünf, fünf, Lifelink. Wenn die stirbt, exilen wir sie und die obersten sechs Karten unseres Decks. Mischen die und legen die wieder oben aufs Deck. Und sie hat ein Miracle für zwei Mana. Das heißt, wir können auch mal Lucky für zwei Mana und fünf, fünf, Lifelinker spielen. Was stark ist, was wirklich, wirklich stark ist und was wirklich auch Spaß macht. Wenn man dem mal Turn 2 oder Turn 3 da hinlegt, das macht schon Spaß. Und er kriegt ihn halt nicht richtig removed. Ist halt ein anderer Angler-Thread. Manche Leute haben eben sowas wie Batterskull oder irgendwie sowas drin. Und ich sag halt so, nee. Ich finde die Karte cool. Ich mag sie mitzunehmen und ich finde sie stark, sie einfach auszutauschen. Und ein bisschen auch in den Beatdown-Plan zu gehen. Gegen bestimmte Decks, gerade mit Delver und so weiter, war das immer ein Highlight. Dann zwei Pflaster-Storm. Ein Blaues, wir kontern in der Institution of Sorceries seine Wärtsschutzzeit einmal mehr mit Storm. Auf der einen Seite natürlich gegen Storm selber, wie auch gegen Control und ähnliches. Gute Karte. Dann haben wir noch eine Mischung aus Hydro Blast und Blue Elemental Blast. Den lässt sich, glaube ich, am besten lesen. Die sagen einfach nur für ein Blaues, kontern wir einen blauen Spell oder zu stören Blaues Permanentes. Beziehungsweise kontern Spell, wenn er blau ist und zu stören Permanentes, wenn er blau ist. Der Split hier ist super irrelevant. Er ist nur dafür da, dass es nicht gesurgical werden kann. Und surgical werden die Leute gegen dieses Deck reinnehmen. Dementsprechend ist es schon sehr wichtig, dass man da ein bisschen Protection Spells hat gegen rote Karten. Wie zum Beispiel der Elemental Blast. Und als allerletzte Karte ein Brazen Burrower. Drei Mana, drei, eins, Flash, Fliegen, kann nur fliegende Kreaturen blocken. Und für zwei Mana bringen wir nicht kleinen Permanentzug auf die Hand. Wird oftmals mit der Triumph reingebordet. Und dann hat man tatsächlich einen sehr, sehr coolen Beatdown-Plan, den man zum Beispiel auch hier mit einer Kaldra und einem Stoneforge Package oder so haben könnte. Und ja, ich habe mich für St. Catharine entschieden. Gute Karte. Wir gehen mal in den Deck-Talk. Ich hoffe, ihr habt euch das Video gefallen. Ihr seid überhaupt noch da. Das weiß ich immer nicht, wie viele Leute dann wirklich bis zum Deck-Talk gucken. Oder bis hierhin springen. Hi. Ja, das Deck ist ein cooles Deck, ist ein starkes Deck. Mir persönlich macht das Deck nicht mehr so viel Spaß wie früher. Ich finde es sehr gestreamlined. Es ist wirklich sehr powerful, weil es eben sehr streamend ist. Weil es halt sehr, sehr geradlinig ist. Und weil es den Gegner sehr, sehr schnell aushebeln kann. Und man geht einfach ein Kombo, wenn der Gegner nichts hat, dann bleibt gewonnen. Und ich mag Tastasuraco nicht. Ich finde die Karte gehört gebannt. Und ich finde die Karte kacke. Aber, wenn man dieses Deck positiv betrachtet, dann haben wir ein super lustiges Deck. Wir haben Ursassaga, die ein Schoko-Target ist. Also ein Tutor. Servalette Illusionist, den wir auch noch raussuchen können mittlerweile mit MH2. Dank MH2 können wir halt hier eine Menge mehr machen. Und wir haben noch den Nomans & Core, was einfach eine meiner absoluten Favorite-Karten überhaupt ist. Und ja, es ist ein lustiges Deck. Es macht etwas, was sonst kein Deck macht im Legacy. Und ist deshalb wahrscheinlich auch aktuell einfach gut. Ich kann es nicht sagen. Wir haben auch mehrere Italiener, die standardmäßig überall in Bottrop und Köln und sonst wo Preise abräumen damit. Und auch sonst online haufenweise Wins damit einräumen. Und ja, es ist ein cooles Deck. Es ist wirklich ein cooles Deck. Wenn ihr die Chance habt, probiert es mal aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Ganzen dann einen Daumen nach oben dalassen. Wenn ihr jemanden habt, dem ihr das Video zeigen wollt, bitte zeigt ihn das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Brexit. Ciao, ciao.